hallo willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist paula und heute zeige ich euch meine want to read und mein currently reading für februar genau da hatte ich jetzt lust drauf ich möchte euch ein bisschen zeigen was ich so aktuell lese da ich ja keinen lesemonat januar habe weil das alles so ineinander verschwommen und übergelaufen ist habe ich mir gedacht mache jetzt sowas und fange auch so gleich an nämlich mit einem kindle ich lese haunting adeline von hd carlton das lese ich auf dem kindle hierbei geht es um adeline und adeline lebt in einem haus das sie geerbt hat von ihrer großmutter und sie hat ein stalker und ihre oma hatte auch schon ein stalker und hinterlässt ihr auch diverse tagebücher und adeline glaubt dass diese von ihrem stalker umgebracht wurde und da bin ich jetzt mal gespannt ihr stalker macht so ziemlich böse sachen und wir switchen immer von adeline zu ihm zu ihr und stellen also wir lernen ihn auch kennen und lernen warum er das tut und was er überhaupt für ein mensch ist und warum er sie denn auserkoren hat gefällt mir bisher ganz gut geht in die richtung dark romans ist schon harem ist es nicht also noch nicht ich bin mir noch nicht sicher wo das hinführt aber diese reverse harem ist es nicht noch nicht ich bin mal gespannt aber es ist schon sex lastig aber es ist sehr gut geschrieben es ist anders als die von odessa die hat ein bisschen eine derbere sprache das ist jetzt hier gott nicht so ich bin ja kein fan von also wenn ich wenn ich fünfmal im satz ficken höre oder dreimal arschloch dann vergeht es mir weil das ist dann nicht mehr so schön finde ich wenn ab und zu mal ja mein gott aber nicht ständig ich will das ja nicht ständig lesen müssen wie gesagt gefällt mir ganz gut bisher haunting adeline ich halte es noch mal hoch das ding ist so schwer so riesig und schwer so ja gibt es jetzt zwei teile die logie und da bin ich jetzt ungefähr bei der hälfte dann lese ich gerade und höre parallel von tanja die hat mir das empfohlen ich glaube die hat euch allen das empfohlen das war in irgendeinem ihrer videos mal drin punk 75 von penelope douglas hierbei geht es um ryan und mischa und die beiden sind brieffreunde also tatsächlich brieffreunde so richtig mit papier die hat das war so ein schulprojekt irgendwann in der fünften klasse und sie wurden aneinander zugeteilt eigentlich versehentlich weil die lehrer dachten dass er mischa ein mädchen sei und sie ryan ein junge und so wurden sie eben zusammen gewürfelt ja sie haben das aber bis fünf jahre oder sieben jahre später noch beibehalten sie schreiben sich immer noch und sie haben sich geschworen sich auf dem normalen normalen weg also keine social media kein besuchen sie wohnen ja nur 30 kilometer auseinander oder 30 meilen auseinander sie haben ja die jeweils andere adresse aber sie haben gesagt nein das machen sie nicht weil das würde die beziehung die sich über die jahre aufgebaut haben zerstören sie erzählen sich wirklich alles und ja eines tages mischa hat eine band und sieht aus versehen kriegt sie mit kriegt er mit wer sie ist und es ist nicht so dass es ihm nicht gefällt was er sieht aber er ist halt schon ein bisschen geschockt weil er wollte es ja eigentlich nicht und dann zwitschen wir zu ihr also wir haben das aus zwei perspektiven ihre sicht und seine sicht und dann zwitschen wir zu ihr und kriegen mit dass sie ihm immer noch schreibt aber dass bei ihm wohl eine schreibpause eingekehrt ist und ja hoffentlich erfahren wir warum und das gefällt mir wirklich sehr gut ich bin mal gespannt wie es hier weitergeht der schreibstil gefällt mir gut und ich glaube von ihr kam jetzt noch neues raus dieses birthday girl das klingt auch ganz gut also wenn mir das gefällt dann werde ich das andere auch noch lesen dann lese ich momentan habe ich mir ganz spontan neu gekauft mache ich eigentlich sehr selten in buchläden dass ich also wenn dann gehe ich gezielt dahin und kaufe mir das aber das hier habe ich gesehen und das stand so gar nicht auf meinem schirm es handelt sich um family of liars von e lockhart wie wir lügner wurden das erste buch von die lockhart war wir waren lügner also ne solange wir lügen genau solange wir lügen war die erstauflage so hieß die damals we were liars solange wir lügen und dann wurde hatte es irgendwann haben die den titel vom englischen übernommen aber die erste auflage war solange wir lügen und die habe ich gelesen und habe mir gedacht langweilig da war ich im schwimmbad das weiß ich noch und hatte kein anderes buch zur verfügung auch nicht auf dem kindle und wollte mir auch keins holen und habe mir gedacht komm da beißt du dich durch weil es war erst mittag und wir wollten noch länger im bad bleiben und gott sei dank habe ich es gemacht denn dieses ende von dieses buches also das letzte drittel das hat mich so weg gehauen ich habe dann ich habe das buch weggelegt und ich habe noch tagelang darüber nachgedacht und das hat mir wirklich gut gefallen also das hat mich weggeflasht obwohl ich mir anfangs dachte so ist das bisschen zäh so und dieses hier ist wohl die vorgeschichte dazu es spielt in den 80ern ich bin auf seite 20 also noch nicht sehr weit und wir erfahren wohl wie es dazu kam dass die zu lügnern wurden weil die ganze familie so ein bisschen das ist so eine reichere familie und die haben auch auf martha's vineyard glaube ich ja gefällt mir ganz gut ich bin mal gespannt auf es mich zum schluss genauso wegflasht wie das andere buch das erste und dann also die lese ich gerade und ich höre noch zusätzlich mit tanja von miss drunken cherries bücherstapel das blende ich euch ein du irgendwo von kiramon genau dabei geht es um vic also victoria und sie sucht irgendwas für die uni in den unterlagen ihrer eltern irgendein papier zeugs und findet dabei ihre adoptionsunterlagen in einem ordner der dafür also da stand was anderes drauf natürlich nicht groß und fett adoption drauf aber genau und sie wusste davon nichts sie hat gedacht ihre eltern sind ihre eltern und das wirft sie so ein bisschen aus der bahn und daraufhin recherchiert sie ein bisschen und möchte ihre leibliche mutter natürlich kennenlernen und macht mit jack ihren besten freund ein road trip dorthin so viel dazu klingt ja schon mal ganz gut und dann habe ich haben wir uns gedacht na gut kiramon ist ja dafür bekannt mit ihren landschaftsbeschreibungen und dass sie so ein bisschen ja mir die landschaft näher bringt das hat sie ja bei ihrer leuchtturm reihe auch auch bei dieser dieser kanada reihe hat sie das auch wunderbar gemacht und davon habe ich mir das eben erhofft weil wir wir fahren mit dem auto durch schottland wir besuchen lochnests und wir besuchen diverse andere städten dachte ich also machen sie auch aber ja ich weiß nicht ob kiramon das verloren hat was sie so so toll gemacht hat in ihren leuchtturm büchern ich weiß es nicht aber das was ich mir erhofft hatte das bekomme ich nicht ich bekomme eine launische protagonistin die so zickig ist ja sie ist adoptiert worden ja es ist jetzt nicht so schön aber es ist anstrengend es ist so anstrengend mit dieser frau und dann verliebt sie sich auch noch in ihrem besten freund das ist kein geheimnis das steht auf dem klappentext drauf wie tanja auch gesagt hat es sind so viele baustellen auf einmal welcher mensch welche menschen haben denn so viele baustellen alle auf einmal und alle zur selben zeit kein mensch aber gut davon lebt das buch wahrscheinlich von diesen dramen ich bin mal gespannt wir sind ein bisschen über der hälfte glaube ich muss mal gucken aber es ist der zauber der ersten bücher ist weg sagen wir es mal so genau und dann möchte ich noch gerne lesen der hof der finsternis das habe ich mir gekauft weil ich stehe zur zeit total auf vampire wieder mal ich finde diese vampire geschichten auch die sind ja immer so reich und so schön und auch hier finde ich total toll momentan damit kriegt man mich von victor dixon der hof der finsternis und das trifft sich sehr gut denn ich habe mir vorgenommen mal wieder ein bisschen mehr autoren männlich zu lesen die sind in letzter zeit ein bisschen abhanden gekommen bei mir ich habe früher sehr viele autoren gelesen und bin irgendwie unbewusst umgeswitcht zu den weiblichen autorinnen genau und das möchte ich mal wieder ändern ich möchte mal wieder mehr autoren lesen bin gespannt wie er mir das hier beschreibt es soll ja so eine art dark romance sein wie heißt denn sie steht hier nichts auf jeden fall sie ist eine arme an normaler mensch und der hof der finsternis es spielt wohl auf versailles da bin ich jetzt auch sehr gespannt und die menschen die armen die sind wohl dazu verdammt zur art steuern zu bezahlen indem sie blut abgeben für eben besagten hof und sie ihre familie wird irgendwie ermordet und sie wird fälschlicherweise in den hof eingeführt weil man denkt sie ist adelig so und da bin ich jetzt mal gespannt sie durchläuft das komplette programm wir die adelskinder da auch und soll dann wohl debütieren so da kommen halt eine bälle und prunk und damit kriegt man mich ja eh und dann noch vampir da bin ich sehr gespannt drauf alle drei bücher sind schon draußen das finde ich toll da muss ich nicht immer so lange warten das habe ich vor gleich bald anzufangen und dann wenn wir mit kiramon fertig sind wollen tanja und ich zusammen das neue von ellie hazelwood lesen wir haben schon diverse andere ellie hazelwood bücher zusammen gelesen und haben sie analysiert aber mir gefallen die ja alle ich bin ja ich bin ja so leicht zu haben ellie hazelwood trifft immer mein humor aber ich man muss dazu sagen dazu braucht es nicht viel kennt ihr denn das video mit diesem toastbrot da ist so ein toastbrot und irgendwann patscht es nach unten auf den boden und dieses geräusch was dieses toastbrot erzeugt das schmeiße ich mich weg das hat mir mein sohn mal gezeigt letztes jahr und ich bin hin und weg von diesem video da könnte ich lachen ohne ende also ich bin schon sehr leicht zu unterhalten mit einfachsten mitteln und deswegen also ellie hazelwood trifft mich halt und ich lache und lache und dieses hier ist mal ein fantasy buch hier geht es nämlich um eine vampire lady und einen werwolf typen und sie möchte aber nichts mit der welt zu tun haben und lebt bei den menschen bis sie eines tages heimbeordert wird weil sie muss einen krieg verhindern zwischen den beiden spezien und soll eben besagten werwolf heiraten und dass sie das eigentlich nicht möchte und er auch nicht ist ja klar aber ellie hazelwood wird das schon lustig toll verpacken damit das auch passt ich bin sehr gespannt weil es natürlich ein ganz anderes genre ist als ihre bisherigen ich habe alle gelesen außer dass vorletzte mit diesem schach dieses rosa buch wo das schachbett drauf ist das habe ich noch nicht aber alle anderen habe ich und die waren ja alle mehr so wissenschaftlich angehaucht physik chemie nasa was da halt so dazu gehört industrie und das hier ist ja mal was ganz anderes und ich bin gespannt wie sie mir das hier näher bringt genau das war mein bund to read und mein currently reading im februar kommen so viele tolle bücher raus oder kamen raus und ich habe so viele auf der liste aber ich kann ich habe mir jetzt nur dieses ausgesucht weil bringt ja nichts ich kaufe mir die bücher neu ich zahle dafür das komplette geld und dann lese ich nicht weil ich kenne mich ja nur um es dann hier zu haben wäre ja schade drum also von daher werde ich damit noch warten aber der februar war ganz schön brutal mit neuen guten neuen büchern muss man schon sagen was lest ihr denn gerade und habt ihr eine tolle wunschliste für den februar welche neuen bücher habt ihr so im februar auf dem schirm vielleicht habe ich ja noch nicht auf dem schirm könnt ihr mir gerne in unten in die kommentare schreiben ihr könnt auch sehr gerne den kanal abonnieren und die glocke drücken falls jetzt noch nicht gemacht habt dann würde ich mich sehr darüber freuen und auch euren freundin mitteilen genau ansonsten wünsche ich euch einen schönen tag eine schöne woche eine schöne zeit und wir sehen uns wieder im nächsten video bis dahin